An einem für Borussia Mönchengladbach bemerkenswerten Abend rückte die Ungewissheit über die Zukunft von Flo Neuhaus, einem ihrer bemerkenswertesten Spieler, in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit. Das spannende 0-0-Unentschieden gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter Bayer Leverkusen war von intensiven Momenten geprägt, darunter ein brillanter Tackling von Neuhaus und der anschließende überschwängliche Jubel. Neuhaus, Leistung auf dem Spielfeld sorgte für zwei Diskussionsthemen nach dem Spiel. Erstens seine bemerkenswerte Fähigkeit, Leverkusens Jeremy Frimpong abzuwehren, und zweitens die anhaltenden Spekulationen über sein mögliches Schicksal, wobei Klubs wie Sevilla, Napoli, Nottingham Forest und Lazio Rom als Optionen im Umlauf sind. Nach dem Spiel öffnete Neuhaus jedoch die Tür für einen Verbleib bei der Borussia, betonte, dass er seinen Vertrag im Sommer aus gutem Grund um vier Jahre verlängert habe, und drückte sein Wohlbefinden beim Verein aus. Obwohl er kein klares Bekenntnis abgibt, deuten seine Worte auf eine mögliche Kontinuität hin. Die endgültige Entscheidung liegt jedoch bei zwei zentralen Figuren, Flo Neuhaus und Roland Wirkus, Sportdirektor von Borussia Mönchengladbach. Da die Transferfrist immer näher rückte, wurden beide nach der Zukunft des Spielers gefragt. Neuhaus gab zwar zu, dass er keine einfache Phase durchlebe, betonte aber sein Engagement für den Verein und die Vorfreude auf die nächste Herausforderung gegen Bayern München. Auf die Frage, ob Neuhaus nach Ablauf der Frist bleibe, verzichtete Wirkus dagegen darauf, eine endgültige Antwort zu geben. Man kann im Leben nie etwas mit Sicherheit sagen. Es ist wahr, dass Flo keine einfache Zeit durchmacht. Er hat heute bewiesen, dass er sich gegen die Konkurrenz durchsetzen kann. Das erwarten wir von Flo, sagte Wirkus in der Mixzone. Die Unsicherheit bleibt also bestehen und die Antwort für Fohlenfans wird erst unmittelbar vor dem nächsten Aufeinandertreffen gegen Bayern München am 3. Februar um 15.30 Uhr bekannt sein. Wie stehen Sie als Fan von Borussia Mönchengladbach zur Situation von Flo Neuhaus? Glauben Sie, dass er im Verein bleiben oder neue Möglichkeiten erkunden sollte? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren mit und beteiligen Sie sich an der Diskussion über die Zukunft des talentierten Mittelfeldspielers.